Erwartete schwere Spiel. Ich muss sagen, wir haben heute das erste Mal im 4-1-4-1-System gespielt, 25 Minuten richtig gut gemacht, Torchancen ohne Ende gehabt. Leider hast du das Tor nicht gemacht und nach 25 Minuten haben wir so einen kleinen Knick im Spiel bekommen. Wir waren nicht mehr in Position, haben noch nicht mehr gut gegen den Ball gearbeitet und deswegen ist das die letzten 15, 20 Minuten in der ersten Halbzeit schon durcheinander gewesen. Ich habe deswegen in der zweiten Halbzeit umgestellt auf 4-4-2, aber wie gesagt nicht, weil wir es nicht gut gemacht hatten. Nur ich wollte noch einen zweiten Stürmer unbedingt bringen. Paraba Fit hatte zu mir gesagt, wollte unbedingt rein, sein Tor machen. Ist uns gelungen. Welche Spiele muss man gewinnen? Wenn man glaube ich 10, 12 Torchancen hat, der Gegner eine, es 0-0 steht und im Endeffekt damit drei Punkte nach Hause geht, muss man zufrieden sein oder sowas, kann auch ganz wichtig werden in der Saison. Du hast dich ja dann auch selbst eingewechselt, hat das dem Spiel nochmal so das gewisse Etwas gegeben? Gewisse Etwas weiß ich nicht. Also ich glaube, dass es der Mannschaft auf einer Seite gut tut, weil ich einer bin, der viel redet, der die Mannschaft mitnehmen kann. Bin natürlich, habe jetzt glaube ich 20 Jahre nicht mehr auf Asche gespielt. Ist natürlich für mich auch eine Umstellung. Bin auch eigentlich invalide, aber ich habe der Mannschaft gesagt, wenn ich ihnen helfen kann, wechsle ich mich ein. So war es dann auch und ich glaube schon, dass wir noch ein paar Impulse setzen konnten. Die Mannschaft hat es gut angenommen und alles gut. Alles klar, herzlichen Glückwunsch von Sie, dann danke. Dankeschön. Dankeschön.